Das ist eine sensationelle Entdeckung. Fachleute haben Gravitationswellen eines zuvor noch nie beobachteten Ereignisses aufgespürt. Und die Gravitationswellen sind wirklich sehr besonders und unterscheiden sich deutlich von dem typischen Muster, das Fachleute bisher kennen. Es beginnt quasi eine neue Ära der Gravitationswellen-Forschung. Clixoom Science & Fiction hier gibt's dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen! Clixoom gibt's jetzt übrigens auch als Podcast für unterwegs. Die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind unten in der Videobeschreibung und dann bekommt ihr Clixoom auch auf die Ohren. Die Gravitationswellen, um die es geht, wurden am 12. April des vorigen Jahres 2019 aufgespürt, wie jetzt mitgeteilt wurde. Genau zwei Wochen nach Beginn der dritten Messsaison, als die Fachleute die Sensibilität der beiden LIGO-Detektoren in den USA und dem italienischen Virgo-Detektor deutlich erhöht hatten. Erst dadurch wurde die Detektion dieses ungewöhnlichen Signals wohl auch erst möglich. Und die Beobachtung ist wirklich eine ganz besondere. Denn das Signal entspricht ganz und gar nicht dem typischen Muster der bislang aufgespürten Gravitationswellen. Die Fachleute haben das Ereignis GW190412 getauft. Besonders spannend finden die Forschenden aus den USA und Italien die Obertöne, die auftreten. Hierbei handelt es sich wohl um Schwingungen mit einem Vielfachen der Grundfrequenz. Diese Beobachtungen sind zwar auf den ersten Blick äußerst rätselhaft, dennoch lassen sie spannende Rückschlüsse zu, die es tatsächlich ermöglichen, der mysteriösen Quelle dieser Gravitationswellen auf die Schliche zu kommen. Was wirklich eine ziemliche Detektivarbeit war. Aber am Schluss haben sie es herausbekommen. Eigentlich kann man schon fast behaupten, dass die Messung von Gravitationswellen zur Routine geworden ist. Fachleute sprachen zuletzt von etwa einem registrierten Gravitationswellenereignis pro Woche. Und das, obwohl erst vor vier Jahren 2016 die erste sensationelle Messung von Gravitationswellen bekannt gegeben worden war. 2017 gab es dann zu Recht den Physik-Nobelpreis an Rainer Weiß, Kip Thorne und Barry Barish. Das Ganze war spannender als jeder Krimi und hat nicht weniger als eine komplette neue Ära der Physik eingeläutet. Es begann am 14. September 2015 um 5.51 Uhr amerikanische Ortszeit. Rainer Weiß war verreist und lag zu dieser Uhrzeit noch im Bett weit weg von seinen beiden kilometerlangen Detektoren, die plötzlich erzitterten. Fehlalarm? Nein. Denn stattdessen war es der große Moment, der von jetzt auf gleich alles veränderte. Nach jahrzehntelanger Suche hatte man endlich Gravitationswellen gemessen. Ausgelöst durch den Zusammenstoß von zwei schwarzen Löchern. Und wie immer in der Wissenschaft ist solch eine Entdeckung noch deutlich mehr wert, wenn sie wiederholt werden kann. Und tatsächlich auch folgende Messungen bestätigten den Nachhall solcher Kollisionen. Unter anderem konnten Gravitationswellen detektiert werden, deren Ursache die Kollision von zwei Neutronensternen war. Eine Sensation für die Wissenschaftswelt. Allein durch das Belauschen der Raumzeitschwingungen waren von Forschungsteams also in diesem Zeitpunkt in der Lage, kosmische Phänomene aufzuspuren. Selbst diejenigen, die keine oder nur wenig elektromagnetische Strahlung freisetzen, also nicht mit Radioteleskopen zum Beispiel beobachtet werden konnten. Das war der Wissenschaftswelt bisher verborgen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur nochmal zur Verdeutlichung. Gravitation ist ein Effekt, der in der allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben wird. Große Massen komprimieren Raum und Zeit. Sprich, die Räume werden kleiner und die Zeit läuft langsamer. Hier auf der Erde kann man das ganz wunderbar demonstrieren. Wenn wir aufspringen, werden wir durch die Komprimierung des Raums wieder auf die Erde gezogen. Es gibt keine Kraft, die uns hier auf die Erde zieht. Es ist ein relativistischer Effekt. Und unsere Füße, die sind jünger als unser Kopf, weil für die die Zeit unten auf der Erde, wo die Gravitation direkt auf der Erde stärker ist, langsamer läuft. Deshalb gehen auch die Uhren auf den GPS-Satelliten dort oben anders, weil sie sonst einfach nicht funktionieren würden. Denn für sie läuft die Zeit wiederum schneller als hier unten auf der Erde. Und wenn zwei große Objekte zusammenstoßen, dann verändert sich die Gravitation. Und zwar in Wellen. Seit der ersten Entdeckung haben die beiden LIGO-Detektoren in den USA und der Virgo-Detektor in Italien Dutzende solcher Raumzeiterschütterungen aufgespürt. Meistens verschmelzen dabei schwarze Löcher. Mit dabei sind aber auch Neutronenstern-Kollisionen und sogar auch die ungleiche Paarung mit einem Neutronenstern und einem schwarzen Loch. Die wurden so entdeckt. Dennoch kommt es immer wieder zu Überraschungen und Rekorden, so wie die Anfang des vorigen Jahres 2019. Damals gab es vier weitere Neuzugänge und mit dabei auch die massereichste und am weitesten entfernteste Gravitationswellenquelle, die bislang je gemessen wurde. Die Rede ist von dem Ereignis namens GW 17 0729. Bei dieser Verschmelzung wurden knapp fünf Sonnenmassen in Gravitationswellen umgewandelt. Also das ist eine unglaubliche Menge an Energie, die in diese Gravitationswellen geflossen ist. Die Energiemenge, die dabei freigesetzt wird, muss wirklich eben unvorstellbar gigantisch gewesen sein. Entdeckt wurden sie in früheren Aufzeichnungen der Gravitationswellen-Observatorien LIGO in den USA und Virgo in Italien. Hier laufen die Messungen in einem sogenannten Interferenz-Experiment, bei dem ein Laserstrahl in zwei Teilstrahlen aufgespalten wird. Die Lichtwellen werden in zwei Röhren geleitet, die exakt gleich lang sind und senkrecht aufeinander stehen, also im 90-Grad-Winkel. Am Ende steht ein Spiegel, der sie reflektiert und zurückwirft. Wenn sich die Strahlen im Normalfall aufheben, gibt es kein Signal. Die beiden Laser löschen sich gegenseitig aus, weil sie ja aus einem Laser stammen und dieselbe Frequenz haben. Liegt man sie dann eben so übereinander und genau das wird gemacht, dass bei dem einen Lasersignal ein Wellenberg ist, während zur gleichen Zeit bei dem anderen Lasersignal ein Wellental ist, dann löschen sich die beiden Signale gegenseitig aus. Es ist nichts mehr zu sehen. Wenn jetzt aber auf dem Laserweg die Raumzeit durch eine Gravitationswelle gekrümmt wird, dann verschieben sich die Wellen der Laser unterschiedlich, räumlich und zeitlich, da sie um 90 Grad gedreht sind. Und sie löschen sich nicht mehr gegenseitig aus. Es gibt einen Lichtblitz, der durch Dauer, Stärke und Veränderung sehr genaue Rückschlüsse auf das Ereignis zulässt. Das große Problem hierbei ist allerdings, dass die Messungen sehr sehr genau sein müssen. Also wenn dann nur ein Lkw zu dicht an einer Röhre vorbeifährt, dann ist alles hin. Also der Effekt der Gravitationswellen ist so minimal klein, dass alles in der Nähe stören würde. Solche spannenden neue Einzelentdeckungen ergeben für die Fachwelt Stück für Stück ein Gesamtbild dieser super spannenden Gravitationswellenereignisse. Es handelt sich um Stauchungen und Dehnungen in Struktur von Raum und Zeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit wellenförmig ausbreiten. Und die hatte tatsächlich, also diese Veränderung, diese Wellen, hat tatsächlich Albert Einstein schon vor mehr als 100 Jahren vorhergesagt. Dazu Sheila Rowan von der University of Glasgow. Die Wissenschaft hat ein Jahrhundert gebraucht, um Einsteins Vorhersage zu bestätigen. Doch das Tempo unserer Entdeckung hat sich seitdem enorm beschleunigt. Angefangen hat er also alles mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein, indem er die Gravitationswellen beschrieben hatte. Demnach produzieren alle beschleunigten Körper Gravitationswellen. Also selbst wenn ich hier auf dem Boden springe, entsteht eine. Nur die ist so minimal, die würde man wahrscheinlich nicht mehr direkt neben mir messen können. Doch in den meisten Fällen eben sind sie viel zu schwach und man kann sie nicht nachweisen. Angefangen beim Sprung eines Menschen bis hin zu einer Sternenexplosion am Ende ihrer Lebenszeit. Die entstehenden Gravitationswellen stauchen und strecken den Raum etwa so wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der die Wasseroberfläche kräuselt. Aber vor allem große Objekte im All erzeugen stärkere Gravitationswellen, die man überhaupt erst messen kann. In erster Linie schwarze Löcher und Neutronensterne. Wenn solche Massen schnell genug beschleunigt werden, wird die Raumzeit so in Wallung versetzt, dass die Gravitationswellen auch in größerer Entfernung noch aufzuspüren sind. Wenn sich die Vibrationen im Weltall ausbreiten, wird alles, was sie passieren, in einer Richtung gedehnt und in der anderen zusammengedrückt. Und die Zeit wird ebenso gedehnt und gestaucht. Doch selbst wenn die Gravitationswellen sehr stark sind, verformen sie das Weltall nur mini-minimal. Einstein dachte jedenfalls damals im Leben nicht daran, dass man sie in irgendeiner Weise messen könnte. Die winzigen Veränderungen, die wären einfach viel zu klein. Das war seine Annahme. In diesem Punkt hatte er aber dann nicht recht. Der Direktor des Laser Interferometer Gravitationswellen-Observatoriums LIGO in den USA, David Reitze, meinte jedenfalls nach dem ersten Nachweis im Jahr 2016. Vor 400 Jahren hat Galileo ein Teleskop auf den Himmel gerichtet. Ich glaube, wir tun heute etwas ähnlich Wichtiges. Wir eröffnen eine neue Ära. Doch wie lässt sich das nun detektierte Signal des Ereignisses GW190412 erklären, das auf den ersten Blick so viele Rätsel aufgibt? Wie lassen sich die identifizierten Obertöne erklären? Die Forschenden aus den USA und Italien sind sich sicher, dass das mysteriöse Signal von der Verschmelzung zweier ungleicher schwarzer Löcher stammt. Und diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Masse wohl enorm. Den bisherigen Analysen zufolge handelt es sich um ein kleines schwarzes Loch mit einer 8-fachen Masse unserer Sonne und um ein großes schwarzes Loch, das die 30-fache Masse der Sonne aufweist. Und dies hat wohl das kleinere schwarze Loch verschlungen. Durch den enormen Masseunterschied kam es wohl dazu, dass das kleine schwarze Loch in der Schwerkraftsenke des größeren schwarzen Loches quasi umhereierte auf die Kollision zu. So erklären die Fachleute sich die anfangs beschriebenen Obertöne in den freigesetzten Gravitationswellen. Doch die überraschenden Schwingungsmuster verraten noch viele weitere spannende Informationen über die Rotation und die Bahnebene der schwarzen Löcher. Dazu der Physiker Roberto Costesta, der an der aktuellen Studie beteiligt war. Das ist das erste Doppelsystem schwarzer Löcher, bei dem wir einen so großen Unterschied zwischen den Massen beobachtet haben. Dieser große Massenunterschied bewirkt, dass wir mehrere Eigenschaften des Systems genauer messen können. Seinen Abstand zu uns, den Winkel, in dem wir es betrachten und wie schnell sich das schwarze Loch um seine Achse dreht. Diese Beobachtung ermöglichen den Fachleuten auch den Rückschluss, dass die Verschmelzung der beiden ungleichen schwarzen Löcher in einer Entfernung von 1,9 bis 2,9 Milliarden Lichtjahren stattgefunden haben muss. Die Analyse legt zudem nahe, dass sich das größere der beiden schwarzen Löcher wohl um seine eigene Achse dreht und zwar mit einem Spin von rund 0,43. Das entspricht dem Rotationsbereich, den die allgemeine Relativitätstheorie für solche schwarzen Löcher erlaubt. Hat damit zu tun, dass umso schneller sich ein schwarzes Loch dreht, umso stärker ist auch die Kraft, die nach außen gegen die Gravitation wirkt. Also hochkomplex. Heißt also im Klartext, dass die Beobachtung dieses Ereignisses mal wieder Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bestätigt. Dazu der Max-Planck-Physiker Frank Ohme aus Hannover. Zum allerersten Mal haben wir in GW190412 das unverkennbare Gravitationswellenbrummen einer höheren harmonischen gehört. Ähnlich den Obertönen von Musikinstrumenten in Systemen mit ungleichen Massen wie GW190412. Unserer ersten Beobachtung dieser Art sind diese Obertöne im Gravitationswellensignal viel lauter als in unseren üblichen Signalen. Auch Einsteins Vorhersage implizierte, dass diese Obertöne in Systemen mit ungleichen Massen viel lauter sein müssen als in den Verschmelzungssignalen zweier schwarzer Löcher, die ebenbürtig sind. Doch diese überraschende Entdeckung ist nach Ansicht der Forschungsteams wohl nur der Anfang. Die Fachleute gehen nämlich jetzt davon aus, dass es noch viele weitere solcher Systeme geben könnte. Und das, obwohl einige Modelle bislang das Gegenteil behaupten. Dazu der Physiker Frank Ohme. Jede Messsaison von LIGO und Virgo hat uns bisher neue Einblicke in unser Universum eröffnet und die dritte Laufzeit ist keine Ausnahme. Es ist offensichtlich, dass wir gerade erst begonnen haben, die Vielfalt der Paare von schwarzen Löchern dort draußen zu verstehen. Die Fachleute setzen darauf, dass in Zukunft immer längere Beobachtungszeiten möglich sind und auch die Detektoren immer sensitiver werden. Wenn es tatsächlich gelingt, weitere Ereignisse dieser Art nachzuweisen könnte, dass Fachleute enorm weiterbringen. Denn durch diese Beobachtung lässt sich nicht nur die Entstehungsgeschichte schwarzer Löcher viel besser nachvollziehen, sondern auch die Expansionsgeschichte des Universums. Möglicherweise müssen wir nicht einmal so lange warten, bis die Technik weiter optimiert wurde. Denn die Forschungsteams der LIGO-VIRGO-Kooperation sind optimistisch, dass bereits weitere spannende Daten gesammelt werden konnten. Dazu der niederländische Wissenschaftler Jo van den Brandt. Ich denke, die Ernte ist recht gut. Lassen Sie es mich so sagen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, während der dritten Beobachtungskampagne bis März 2020 wurden insgesamt 56 mögliche Gravitationswellenereignisse gemessen. Die Daten von 54 davon warten noch darauf, ausgewertet zu werden. Hier erklärt ByteThings, also hier, Gravitationswellen nochmal ganz genau. Unbedingt anklicken, anschauen und unbedingt abonnieren. Hammer Kanal. Bis dann. Bleibt dran.